Heute macht sich Linda Faeff den Weg nach Baden im Kanton Aargau. Dort trifft sie den SP-Jungpolitiker, Ex-User-Präsident und Enfant-Theribler der Schweizer Polit-Szene, Cédric Wehrmuth. Er ist jung, charmant, gutaussehend, zudem sehr intelligent, belesen und natürlich politisch engagiert. Ich freue mich sehr, in meiner ersten Sendung so einen spontanen, sympathischen, jungen Mann zu treffen. Ich bin natürlich gespannt, was für ein Mensch sich hinter dem Politiker versteckt, ob sich Cédric Wehrmuth für mich in Schalen geworfen hat und natürlich, ob er seine Wohnung aufgeräumt hat. Cédric lebt mit seinen drei Mitbewohnern im ältesten Haus von Baden. Im Laufe der letzten 100 Jahre wurde an diesem umgepastet, umgebaut, gestrichen und gehämmert, bis es zubleiben für einen bunten Haufen von jungen Leuten geworden ist, wo auch Cédric Wehrmuth dazugehört. Cédric Wehrmuth, 1999 mit jungen, jungen 13 Jahre, bist du eigentlich schon zu der Juso beigetreten? Wie kommt man auf die Idee, so früh die Politik zu gehen? Ja, das ist wirklich mehr Zufall. Meine Eltern sind sehr politisch. Ich bin in meinem Haus aufgewachsen, wo die Politik immer ein Thema war. Wir haben zusammen Tagschau geschaut und darüber gesprochen. Und ich habe dann mehr als Interesse mal die Wahlunterlagen von den Parteien 1999 angeschaut. Und dort hatte es eine junge linke Partei dabei, die Juso. Und ich habe dort mal angeklüßt, ich hätte gerne mehr Informationen. Und wie das so ist in einem Verein, ich bin dann gerade als Mitglied aufgenommen worden. Die haben es mir angeklüßt und da bin ich mal schauen und seither mehr oder weniger dabei. Ja, jetzt aber mit 13 oder als junger Teenager hat man ja noch andere Leidenschaften und Hobbys. Was hat Cédric sonst noch nebst der Politik interessiert als junger Burscht? Ich habe selbstverständlich geschautet, wie jeder kleine Bub im Freie Amt. Mit sieben oder so angefangen, früher. Im Goal nachher lang gewesen. Das hat mir unglaublich Spass gemacht. Ich schaute auch heute noch so, aber hobbymässig. Nicht mehr im Klub darf ich als rechtzeitig leider nehmen. Cédric Wermuth kandidiert dieses Jahr für den Nationalrat. Den ersten Schritt dafür hat er schon erreicht. Und zwar mit dem dritten Listeplatz bei der SP Aargau. Jetzt geht es darum, für sich und seine Partei zu werben. Ein weiterer Schritt dafür ist natürlich die Homestory mit Linda Fäh. Also wie du vielleicht weisst, ich kenne mich ja sehr gut aus mit Wahlen. Also wenn du einen Tipp brauchst, dann kannst du dich melden. Melde mich, ja. Ich habe aber auch gehört, du verstehst dich anscheinend sehr gut. Zum Beispiel mit Ueli Maurer oder mit Toni Brunner. Das finde ich ja schon sehr interessant, wie funktioniert so etwas. Ja, das ist tatsächlich speziell. Also wir haben in Bern, also gibt es so eine Kultur und das ist eigentlich noch schön. Und das gibt es nicht in allen Ländern. Auch wenn man da ein bisschen umschaut, dass man privat zum Teil noch gut miteinander auskommt. Und ich habe mit Toni Brunner zum Beispiel, habe ich ihn kennengelernt, als wir im Sommer bei ihm gewesen waren. In der Geschäftsleitung von die USA Schweiz. Wir haben in seinem Haus der Freiheit in St. Gallisch in der Arbeit unsere Retretten gemacht. Unsere Jahresretten. Und das war ziemlich lustig. Er hat uns extrem offen empfangen. Er ist persönlich sehr humorvoller Typ, den wir uns gut verstanden haben. Ich habe jetzt zum Beispiel auch die Ehre, ich darf für das SVP-Grümpeliturnier die Promi-Mannschaft der SV zusammenstellen am 16. Juli. Ich finde es angenehm, dass man nach einer Debatte auch zusammen ein Bier trinken kann. Was ich gerade lesen ist, sie sind da und dort. Der Beweis, dass Cedric mit Toni Brunner auf Du und Du ist, findet Linda auch gerade in seinem Zimmer. Ein handsigniertes SVP-Programmheft mit folgender Widmet drauf. Für meine User-Kollegen Cedric, damit Du auch mal ein richtiges Programm hast. Toni Brunner. Und wo Linda schon seinen Kleiderschrank unter die Lupe nimmt, kann sie ihm gerade ein paar Styling-Tipps geben. Im Grossen und Ganzen ist sie mit der Ausbeutung ganz happy. Vor allem den Erken, der zum begehbaren Kleiderschrank umfunktioniert wurde, hat sie ihren Natal. Das finde ich natürlich auch noch sehr cool. Das Bügeleisen ist noch heiss. Cedric hat sich also wirklich für die Linda Fäh in Schale geworfen. Jetzt studierst du ja noch, Cedric. Du arbeitest ca. 70% bei der SA, Schweizerische Arbeiterhilfswerk. Du bist in der SP tätig. Jetzt engagierst du dich für den Nationalratswahlkampf. Puh, ich komme gar nicht mehr zum Atmen. Was machst du, um dich ablenken oder einen Ausgleich zu finden? Um etwas wegzukommen von diesem Stress? Ja, das ist das, was das Schwierigste ist. Der Job war nicht so plan, das Jusul-Präsidium. Aber es hat sich entwickelt zu einem 7-Tage-Job fast die ganze Zeit. Gerade die Medien, das kennst du selber auch, interessiert es eigentlich nicht, ob es am Sonntagmorgen am 10.00 Uhr ist, wenn sie anrufen. Und dann musst du halt einfach... Und das ist manchmal schwierig. Ich habe das am Anfang vernachlässigt. Ich versuche jetzt bewusster, auch mit Leuten, wieder mehr Kontakt aufzubauen. Auch jetzt, wo ich Zeit habe, nachdem ich das Präsidium abgegeben habe, das nicht so im politischen Kuchen drin ist. Mehr auch wieder Musik zu geniessen, ist mir sehr wichtig. Konzerte, Kino, ich lese sehr viel. Und auch immer mal wieder ein paar Tage weggehen, abschalten, ein Hotel zu Hause lassen. Das ist ein Luxus, den ich mir inzwischen gönne. Und das ist so der Ort, wo ich versuche, Kraft zu tragen. Und Kino hast du noch erwähnt. Du bist gerade das letzte Mal im Kino-Event. Was hast du für einen Film geschaut? Oder was ist dein absoluter Lieblingsfilm? Eigentlich nicht ein absoluter Lieblingsfilm. Aber der letzte, den ich gesehen habe, war Black Swan. Ein beeindruckender Film, finde ich. Sehr schöne Bilder, die gemacht wurden. Und sie spielt genial. Natalie Portman ist sehr beeindruckend. Ich könnte es nicht. Ich habe gerne solche Filme, die das psychodramatische finden. Das finde ich faszinierend. Ja, da kann ich also nur zustimmen. Sie hat sicher zu Recht den Oscar bekommen. Gehst du dann auch viel mit Freunden raus? Oder willst du ins Kino gehen? Hast du dann ein Fräulein ab und zu an der Seite? Ja, selbstverständlich. Aber nicht ... Also immer wieder eine andere, oder? Nein, schon nicht. Nein, aber ich lebe mit einer Frau in der Wege. Wir machen viel zusammen. Aber ich habe tatsächlich auch jemanden, der regelmässig mitkommt. Das gibt es auch, ja. Also das nennt man Freundin in dem Fall. Hast du ein Schätzchen? Ja, das ist richtig. Ich lebe seit eigentlich kurzen meiner festen Partnerschaft. Das ist auch etwas, das viel Raum bietet, zum Abschalten und zum Krafthanken. Wie habt ihr euch kennengelernt? Das darf man fast nicht erzählen. So? Nicht ganz nüchtern zu Luzern in einer Bar. Zumindest von meiner Seite, ja. Aber im Privaten, in dem Fall nicht in der Politik? Nein, im Privaten, in Luzern im Ausgang, ja. Ist sie auch in der Politik tätig? Nein, gar nicht. Sie ist nicht in der Politik tätig, sie ist berufstätig, macht jetzt gerade eine Ausbildung zusätzlich zur Übersetzerin. Und das ist auch ein guter Ausgleich. Also ich glaube, es wäre schwierig, wenn jemand völlig in der gleichen Welt wäre, dann wäre es zum Abschalten viel schwieriger. Ja, das stimmt. Ich habe zwar jetzt etwas anderes erwartet. Ich habe wirklich gedacht, oder ich wollte ja fragen, muss das sein, dass seine Freundin die gleiche Ansicht hat, wie du politisch? Oder eben geht das auch, wenn sie eine andere Meinung vertritt? Ja, das ist sogar wichtig. Also sie ist jemand, der zu meinen grössten Kritikerinnen gehört. Sie findet vieles nicht ganz in Ordnung, was ich mache und wie ich es mache. Und das ist etwas, man muss sich dann sehr direkt damit auseinander setzen. Das hilft. Es ginge wahrscheinlich nicht, wenn es eine SVP-Pellerin wäre, das wäre schwieriger. Aber ich fände es langweilig, wenn sie zu 100% einig wäre. In den Wegen des Sedligs ist Umbau angesagt. Es wird wieder einmal gebastelt, gekämmert und gestrichen. Du wohnst jetzt hier in einer Vierer-WG, haben wir vorhin gesehen. Wie bist du zu diesem gekommen? Also ich habe jetzt wirklich das Gefühl gehabt, als Politiker verdient man genug, um eine eigentlich schöne Wohnung zu haben. Aber du hast dich für den Vierer-WG entschieden. Warum das? Ja, man wird leider mit Politik nicht reich in der Schweiz. Insbesondere nicht, wenn man nicht ein Nationalrat ist oder ein öffentliches Amt hat. Das habe ich ja nicht. Ich mache in diesem Sinne Politik in der Partei vor allem. Also ich bin da engagiert im Stadtparlament etc. Und da verdienst praktisch nichts. Da gibt es eine Sitzungsentscheidigung, aber leben kannst du von dem lange nicht. Darum gehst du jetzt zum Nationalrat, oder? Ich hoffe, es klappt. Der Vierer-WG-Kühlschrank sei im Moment besonders aufgeräumt, sagt Cedric. Denn normalerweise führt der ein Eigenleben. Putzen und Einkaufen wird in der Vierer-WG vom Cedric-Sozial- und im demokratischen Sinn durchgeführt. Jeder kauft und isst, wie, was und von wem er will. Nur wenn sich Cedric an den Kellogs von seiner Mitbewohnerin vergreift, dann kann das zu einer ausgegrifften Debatte führen. Die wirst du wahrscheinlich jedes Mal gewinnen, diese Debatten, oder? Ja, nicht der Masse. Ich kann sehr rabiat sein, wenn es um ihre Kellogs geht. Und zum Schluss musst du mir noch etwas verraten. Ich habe mich natürlich etwas schlau gemacht über dich. Und man konnte in der letzten Zeit beobachten, dass du bei Debatten, in denen du führst, deine Gesprächspartner oder Gegner relativ schnell auf die Palme springen und aus der Ruhe springen. Und die Politiker sind teils. Du bist ein Urgestein. Wie schaffst du das? Wie kannst du die Ruhe behalten? Ist es eine Strategie? Ist es ein Zufall? Hast du das in dir hinein? Nimmst du es überhaupt selber wahr? Verraten wir es? Ich hoffe, dir geht es nicht so jetzt gerade. Nein, also ich glaube, das ist jetzt mal eine Ausnahme. Ja, also es ist sicher eine bewusste Überlegung. Es ist etwas, ich glaube, reden und debattieren, argumentieren ist etwas, was man lehrt, indem man es macht. Und ich bin jetzt seit drei Jahren dabei auf nationaler Epidemie mehr oder weniger. Und ich habe mir das versucht, bewusst anzutrainieren, sich selber wieder anschauen am Fernsehbeauftritt. Das kennst du ja auch. Das ist Horror, wenn man sich selber wieder anschaut. Aber es ist wirklich sehr lehrreich. Und das ist etwas, was ich zum Glück irgendwie mitbekommen habe. Ich habe nie eine Schule gemacht oder mich ausgebildet, sondern ich kann das irgendwie argumentieren und debattieren. Und ich versuche, das je nach Gegner entsprechend einzusetzen. Und es hat jetzt zwei, dreimal geklappt. Das hat etwas für Aufmerksamkeit gesorgt. Aber es ist immer so. Es gibt auch Debatten, die ich verliere. Zum Glück sind das nicht gerade die waren die letzten Paare im Fernsehen. Auf dem Fall ist es schon etwas geplant, um sie auf den Zahn zu fühlen. Also man überlegt sich das schon immer vorher. Ein grosser Teil von solchen Auftritten ist Vorbereitung. Einerseits inhaltlich, thematisch selbstverständlich. Aber man überlegt sich auch, was ist das für ein Forum und mit wem diskutiere ich. Und Roger Köppel auf die Palme bringen ist selbstverständlich interessanter als vielleicht jemand anderes. Danke vielmals, Edric Wermuth, dass wir hier bei dir reinschauen durften. Es war sehr spannend und sympathisch. Natürlich viel Glück bei deinem Kampf um den Nationalrat. Ich würde sagen, hol dir das Kränchen. Meine Kollegin Vera Freitag berichtet nächste Woche mehr um das Thema Transparenz. Das war es von meiner Seite von der ersten Sendung Polymag. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder hier auf StarTV. nicht zwei Wochen. Schweren Sphär Cherny Winfurt und 프로 MP und vor